So, noch mal, Frau, da wollen wir den Gang mal aufreden, ne? Ja, dann kommen wir es mal wieder fett, voll krass, übertreiben, hier es geht los, wir liegen los, wir düsen auf! Hey, naja, warte, lauf alleine hier, so mal wie ich, das ist mir gleich aufgefallen, vor dem Laser, wie du abgehst. Ja, das ist jetzt nicht Feierabend, also ich bin gar nicht mehr, aber vielleicht, wenn du Bock hast, ich hab ein Wohnen gleich wieder mit mir, wenn du willst, wir können hier dort weiter tanzen, wenn du weißt, was ich will, oder wirst selbst allein nach Hause gehen. Okay, Frau, da jetzt auch mal, ne? Dann legen wir los, ja. So, okay, Frau, da jetzt auch, ne? Dann wollen wir loslegen, ja. Pass mal auf, jetzt langsam Feierabend. Also geh runter von der Tat. So, Freunde, die goldene Regel ist ja nicht springen, ne? Okay, Frau, da. Und nicht mal dran denkst, du springst, aber dort könnt ihr direkt aussteigen. Noch ein bisschen halbieren jetzt. Hol deine Jacke, schnapp dir deine Mädels. Und geh nach draußen. Also, wir sehen uns nächste Mal wieder. Mensch, was ist gut denn da? Na, alles klar bei dir? Was ist gut denn da gemacht, Mensch? Ich würd mich an deinem Stelle mal festhalten. Da ist so ein Lender, da kann man dich ganz gut festhalten. Ich weiß nicht, dass du siehst, wenn du Spaß hast. Nee, Junge haben mir Platz gleich lassen. Aber er schließt, weil er nach flügt jetzt. Hey, DJ, DJ, freut die Musik ab. Oh, das ist gut. Ja, guck mal, machen wir mal eine kurze, kürze, feine Verschlossbruch, ne? So, vorne ist da noch alles glaubreich. Ihr könnt noch alle, wollt noch alle. Warum will man auch schwein da? Ja, man kann poppen oder so. Wie ne? Na gut, dann wollen wir die gamle auflegen. Okay. 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 Okay.